Der nationale Chief Imam ist jetzt im Anmarsch. Und wie ihr seht, haben sich die Ältesten und die großen Leute des Volkes alle draußen versammelt und erwarten ihn, um ihn höchstpersönlich zu begrüßen. Die Erwartungshaltung ist groß. Wir hören seit zwei Stunden über Updates, wie nah er ist. Für mich ist eine große Lektion, wie sehr die Gelehrten hier respektiert werden. Eine große Lektion, wie sehr die Gelehrten und die Imame hier respektiert werden. Das ist stark. Man hat ihm einen hohen Teppich ausgelegt, man hat ihm eine eigene Überdachung gegeben. Subhanallah, mashallah, da können wir viel von lernen. Bei uns, du weißt, wie wir Ältere behandeln, jemand stellt dir seinen Onkel vor, ist nichts Besonderes. Wenn dir hier jemand seinen Onkel vorstellt, das hat mit sehr, sehr viel Respekt zu tun. Mit dem, was man jetzt denkt, ist das, was man sagt, wer weiß, was man sagt, wer weiß, was man sagt, wer weiß. Aber die Inh�er sind nicht so, wer weiß, was man sagt, wer weiß. Allah-Akbar! Akemi! 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 Das war's, das war's. Das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020